Wusel-Dusel und Schwubbeldiwubbeldi. Schwubbeldiwubbeldi, Leute! Ich hab gehört, ihr mögt das, wenn der Kornel Wusel-Duselt. Da mach ich doch mit, ich wär auch so beliebt sein wie der Kornel auf meinem Kanal. Ich hoffe auch sehr doll, dass du ein Schnugel-Willi ziehst heute. Ich werde ein oder andere schon wegschnugeln heute, denke ich auch. Wenn wir schon in so einem geschichtsträchtigen Video sind, dann ist natürlich auch ganz, ganz liebe Grüße von tiefem Herzen an Herringway raus. Ehrenmann. Ich hoffe, es geht ihm gut. Der ist so wieder da. Macht er wieder aktiv Videos? Er hat doch ein Statement gebracht. Ja, der Statement habe ich gesehen. Der macht wieder Videos, der doch letztens mal Banjo-Kazooie am Stück gestreamt. Dann habe ich auch zum Teil gesehen. Ja, dann schauen wir mal vorbei, Leute. Ehrenmann, Herringway, kennt man. Also die, die, die Algen, die allen Hasen, die sowieso wissen, worum es hier geht. Die, die werden, die werden wissen. Die werden wissen. Ja, Leute. Es, es gibt, es, 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 es gibt mächtig Ärger. Oh ja. Im Schnarrde-Woll-Mark, sag ich mal, ne? Da ist, die, die Hölle brennt. Ja. Wir wurden angegriffen. Wir wurden angegriffen. Oh ja. Kann man so sagen, ne? Unter der Gürtellinie. Da will man uns einfach die Lebensgrundlage nehmen. Ja. Das finde ich heftig, ne? Ja. Das finde ich heftig. Mach mal ein kleines Späßchen. Und wir direkt. Kommt sowas. Ja. Und das von einer Person mit dem Let's Play-Pokémon-Feuerroten-Skandal. Ja? Der froh sein kann, dass er noch unter uns war jetzt hier. Dass der überhaupt noch im Internet was machen darf, ne? Nach diesem Skandal. Das muss man nicht... Das ist krass. Das ist krass. Das ist krass. Da wurde eine Atombombe gezündet. Im Video. Ich sag nur so, ne? Ich sag nur so. LPM, du greifst uns an, ist okay. Ich sag dir nur eins. Dom Tendo hat bei uns einen Kommentar geschrieben. Wir sind quasi beste Freunde. Ein Anruf, der macht dich kaputt, okay? Der klagt dich in die Privatinsolvenz. Hast du das Video gesehen? Dann hat er randomkeit angedroht, einfach. Im Video. Wirklich? Fand ich gerade. Also würde ich nicht richtig finden, ne? Um das jetzt mal ganz kurz... So weit sollte man nicht gehen, ne? Egal wie nervig und dumm man die Scheiße ist. Aber in dem Moment fand ich schon... Ich hab gegrinst, ne? Das war glaube ich schon auch nur ein Witz, oder? Es kam schon ernst rüber, sag ich mal. Ja, man muss auch rüber. Ja, aber... Da hast du ja auch kein Bock drauf. Ja, der greift dich an. Danke, muss man auch mal zurückschießen. Dann finde ich schon noch... Und dann wird LPM jetzt auch zu spüren bekommen. Du scheiße noch mal. Reigt mir jetzt mit der Scheiße. Ich kann kein Scheiß LPM spüren mir anmachen, ohne dass der da über mich rumhetzt. Ja, das stimmt. Wie schlimm ist das? Ja, wir haben... Wir haben Leute... Machen wir mal den Skurus Move, ne? Wir haben... Wir haben es, Markus. Ich habe übrigens die Videos gezählt, ne? Oh. Let's play Markus hat in den letzten 11 Monaten 240 Videos gegen uns gemacht. 240 die relevant sind, ne? Alles, was bei Markus nicht die 1000 Views geschafft hat, das ist einiges. Äh... Die zählen wir natürlich nicht dazu, ne? Da sind wir nicht so. Da sind wir nicht so. Oh! Ja! Okay, Leute. Jetzt äußern wir uns. Jetzt ist die Frage, also an welcher Stelle kommt das Video vorne? Wir haben ja die Aufnahmen tatsächlich. Das Video kommt noch nicht, wir wollen ja Geld machen. Kommt noch nicht. Dann kommt noch nicht, Leute. Wir... Ja. Wie willst du das jetzt aufbauen? Mach mal was. Ja, also ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Letztes mal Markus hat ein Video gemacht. Ah ja, genau. Guckt euch das an dieser... Also wenn ihr das noch nicht gesehen habt, schaut euch das an dieser Stelle jetzt erstmal an. Genau. Das wäre eigentlich ziemlich wichtig für den Kontext. Das ist auch Nintendo-Humor. Ich denke, die meisten haben es gesehen. Es ist... Es war aber auch witzig. Ich habe gelacht. Ich fand es gut. Ja, das dachte ich mir. Ich habe auch doppelte Geschwindigkeit gemacht, weil ich natürlich... Was war das? Banjo-Kazooie oder Conker? Conker. Oder... Ja, ich bin keine 12 mehr. Ja, das war doch... Das war doch ein schönes... Ich fand das ganz gut. Ja... Das hat er auch gut gemacht. Er hat sich Mühe gegeben. Er hat sich Mühe gegeben. Er war stets bemüht. Wir geben uns weniger Mühe. Ja, das stimmt. Ne? Deswegen... Äh... Ja. Mir war schon lustig. Ja, was soll ich jetzt sagen dazu, ne? Also erst einmal möchte ich mich... Also falls ihr das jetzt... Wir gehen mal ganz kurz in Kontext, ne? Angeblich... Wurde mal in einem Mario Kart 8 Video... Das wir... Cornel und ich... Zusammen mit dem Mock aufgenommen hatten damals... Mhm. Da soll wohl... Da kann ich mir auch beim besten Willen eigentlich gar nicht vorstellen, dass das überhaupt passiert sein kann... Äh... Gelästert worden sein. Ne? Also das... Das ist ja sowas machen wir nicht. Das ist ein großes Wort. Das ist ein großes... Hm... Naja, okay. Also ja. Doch. Für das war es ja. Also auf jeden Fall soll da... Es soll einen Vorfall gegeben haben, der eigentlich hätte rausgeschnitten werden sollen. Genau. Aber... Ursprünglich nicht rausgeschnitten wurde. Ich hab's natürlich vergessen. Dann war ich damals auch nicht erreichbar. Die haben mich alle beide zugespampt, dass ich das löschen soll. Oh... Das sind ja auch nur Leute, entspannt doch immer. Da war ich in Würzburg, das weiß ich noch. Da bin ich irgendwann nach Hause gekommen und dachte mir so, was ist denn hier los? Ja. Ich war dann noch in Achma und dachte mir auch, ich... Kam wahrscheinlich von der Arbeit und war fix und fertig, Bruder. Mit der Situation komplett überfordert. Und dann hat der Wollou es über die Jahre probiert zu verwässern. Ne, 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 da möchte ich jetzt auch... Da möchte ich... Ja, erzähl erstmal aber... Es würde um einen anderen LPM gehen, aber ich war mir natürlich jederzeit bewusst, dass wir über Let's Play Marcos geredet haben und ich habe das Video tatsächlich noch, wie ein investigativer Let's Play Marcos, auch genannt Neosan LPM, herausgefunden hat. Und ja, ich hab jetzt... Wir konnten es natürlich überprüfen. Wir haben über Let's Play Marcos geredet, zu 100%. Das ist wichtig. Ja, ich möchte mich aber da vorher noch mal rechtfertigen. Und zu einer Sache möchte ich auch was sagen. Aber so ein bisschen macht es mich auch glücklich. Ähm, denn... Ich habe das nicht aus Boswilligkeit gesagt, dass es nicht Let's Play Marcos ist, sondern LPM der andere. Ich war mir auch wirklich sicher, dass das so ist. Aber das zeigt auch wieder, wie schlecht mein Gedächtnis ist. Ja, du bist halt schon sehr alt, ne? Aber, was mich da freut, ist nämlich... Ich dachte nämlich, dass das wäre in der heutigen Zeit viel schlimmer geworden. Ist es vielleicht auch. Nein. Aber es war damals auch schon, also von daher. Ja. Alles gut. So wild. Gar nicht so schlimm. Ja. 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 Und dann sitzen wir jetzt hier. Und jetzt ist natürlich die große Überlegung. Wie gehen wir mit der ganzen Sache um? Ne? Geben wir Let's Play Marcos das, was er möchte? Oder lassen wir ihn weiter im Lichte der Dunkelheit? Wir lassen ihn. Wir lassen ihn. Wir machen. Machen wir das Licht vielleicht nicht an. Machen wir das Licht an. Machen wir das Licht an. Ja, dann mach jetzt mal an. Ich mach das Licht an. Pass auf. Hab das gehört? Ziemlich früh, oder, Emoji? Mhm. So viertel vor neun momentan. Oh, Schnitt, der Hahn kräht! Das waren Indianer. Wollo? Mhm. Hast du dieses eine Sprüche-Video von der FM gesehen? Ja. Ich wollte nicht draufdrücken. Ich hab mir die ganze Zeit gedacht, ich drück nicht drauf. Ich drück nicht drauf. Aber ich konnte nicht anders. Ich hab draufgedrückt und ich dachte mir nein. Es tat weh. Nein. Nein! Das kann's nicht sein. Es tat richtig weh. Ich wollte mich danach rumbringen. Ja, das Gefühl hatte ich auch. Ich war live dabei. Er hat sich schon einen Strick geholt. Er hat das Knarzen von dem Knoten gehört. Es ist sehr schlimm. Das kann man doch durchaus so sagen. Naja. So! Jetzt habt ihr's gesehen! Was sagt er? Leute, dann müssen wir was... Also... Also erst einmal möchte ich dazu sagen, diese Szene, die ihr da gesehen habt. Mog und ich, wir haben uns in Grund und Bohnen geschämt dafür. In Grund und Bohnen, ne? Wir wollten auf keinen Fall, dass das Licht der Öffentlichkeit sieht. Das stimmt. Und... Ich war von Anfang an so drauf... Ich hab das gar nicht verstanden damals, warum die überhaupt so einen Stress machen. Weil ich fand das schon damals nicht schlimm. Also... Ich hätte das Video tatsächlich online gelassen. Aber auf Druck von den anderen beiden, habe ich's dann offline genommen, nochmal geschnitten. Und dann gibt's ja die geschnittene Version davon. Und jetzt haben wir aber das Ganze... Jetzt ist es raus. Jetzt ist es raus. Und soll ich dir was sagen? Ja. Wir hatten Recht. Dieses Sprüche-Video war... Also das ist natürlich legendär, machen wir uns nichts vor. Ne? Die Sprüche von Let's Play Marcos sind Legende. Ne? Ne? Ja. Ja. Ne? Ja. Ja. Also die Sprüche sind natürlich legendär, genauso wie LPM. Aber... Dieses Video, was er damals rausgebracht hat mit seinen Top 60 Sprüchen... Es war... Wenn du ein bisschen außenstehend bist, ist das natürlich lustig. Da kann man drüber lachen, ne? So, und dann denkst du dir so, okay, wir leben in einer wilden Welt, ne? Ne? Ja... 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 Deswegen lieben wir ja auch YouTube. Also wegen sowas, weil Zeit anders ist. Weil Zeit, ne? Weil jeder sein eigenes Fernsehen machen kann. Weil... Let's Play Marcos seine Sprüche raushaut und das halt... Weil er es feiert so. Natürlich, ne? Genauso wie wenn ich mir... Klaas angucken und den cringe finde, ne? 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 Hervorheben, was für ein lieber Junge ich früher war. Ja, das stimmt. Dass ich mich sowas richtig fertig gemacht hab schon. Heutzutage... Heutzutage würde ich dann rausballern ohne Hemmungen. Ja, oder? Und in den Titel schreiben. Ja? Wir haben eine Videoreihe gemacht, wie wir uns darüber lustig gemacht haben über diese LPM-Videos. Wie war das nochmal mit den... Was war das nochmal? Mit diesen Bildern? Oder... Was heißt lustig gemacht? Naja... Könnte man ja... Könnte man ja... Ja, so könnte man es... Also so Memes, als es noch keine Memes gab. So... Naja, genau. Auf der echten Welt. Wenn man das... Ja! Bilder, die ohne Worte den Witz verraten. Ja... Ohne Worte halt, ne? Braucht keiner Worte, um das zu beschreiben, was passiert. Genau. War geil. War geil, ne? War auf jeden Fall gut, ja. Ja, klar. Ja, ne, das ist es. Deswegen, wenn ihr möchtet, dass wir auf die Top 60 Sprüche reagieren und unsere eigene Wertung zu jedem einzelnen Spruch abgeben, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Bei 500 Likes werden wir das natürlich machen. Oh, das 500 Likes nicht zu leicht. Muss ich eher nicht. Wie viele likes Christian sonst? Weiß ich nicht. Ich weiß nur die Dislikes. Der Rest ist hier noch nicht. Wie viel ist dein letztes Video? Guck mal. Zu viele bestimmt. Ah, das war mit Domi. Nee, das letzte Video war Kornel. Hat einen schönen Weihnachtswunsch. Oh, guck mal. Das Video mit Domi hat keine 500 Likes. Also. Aber sieben Daumen runter. Und das neueste 309 Daumen hoch. Und zwei Daumen runter. Und zwei Daumen runter. Du hast sieben Daumen runter auf dem Video. Von Domi? Ja. Bei mir werden nur vier angezeigt. Dann geht auch mal ein. Ja, das funktioniert ja nicht so richtig. Oh Mann. Da kann man sich nicht hundertprozentig drauf verlassen, was da steht bei den. Das ist wirklich die schlimmste Änderung der Welt. Das ist. Die Daumen runter nicht mehr angezeigt werden. Wirklich. Ja, das ist so richtig unnötig. Weil. Also. Man kann es halt als Zuschauer nicht mehr nachvollziehen. Ob Leute das Video scheiße finden. Aber als Content Creator. Und darum ging es ja ursprünglich. Hieß es ja. Damit. Damit man nicht so depressiv wird. Wenn man die ganzen Dislikes hat. Oder so. Ich seh die doch trotzdem. Ja. Das war doch nur eine Ausrede. Ich seh die doch. Also. Ich krieg die Depression doch trotzdem. Was soll das denn? Der bringt ja gar nichts. Das war ja auch nur eine Ausrede. Weil. Darum ging es ja nie. Es ging einfach darum. Dass man es nicht mehr von außen sehen kann. Weil. Mit Sicherheit. Einige. Einflussreiche. Möglich. Einflussreiche. Gremien. Probleme. Mit hatten. Ohne da. Kann natürlich sein. Ja. 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 Aber so ist es halt. Müssen wir. Müssen wir jetzt mit leben. Ja. Weiß ich nicht. Ähm. Es gibt ja noch ein Addon. Ihr könnt euch eine Browser Extension holen. Aber das ist halt nicht 100% akkurat. Aber. Schon so ein bisschen. Ist auch scheißegal. Braucht man das 100% akkurat. Ich. Die. Die Tendenz reicht ja. Naja. Richtig. Tendenz ist ja da. Und die Tendenz zeigt bei mir an. Ist eigentlich. Ist ganz okay. Ist schon. Kann man mit leben. Irgendwie in Ordnung. Gibt ein paar Leute. Die mich irgendwie scheiße finden. Ist okay. Das Gute ist. Wenn ihr einen Daumen runter gebt. Der Wollo mehr sieht's. Ich krieg's mit. Braucht ihr euch keine Gedanken machen. Das ist die eine Sache. Die krieg ich mit. Ja. Ja. Da könnt ihr euch sicher sein. Ne? Ich hasse die. Ich hasse die. Ich hasse die. Eben. Eben. Boah. Und wenn der Tendenz für Markus keine Frau und kein Kind hätte. Der hätte ja auch richtig, richtig viel Zeit für uns. Boah. Und dann hätten wir jetzt einen großen Part mit ihm aufnehmen. Und danach würden wir noch auf dem Discord chillen. Den ganzen Tag mit Markus. Markus, die tue uns offen. Zusammen auf Lieferando chillen. Bestellen. Dann machen wir Cam an und essen zusammen. Boah. Der wäre so reich. Weil er ja nichts für Frau und Kind ausgeben muss. Boah. Das könnt ihr alles für uns ausgeben. Wir hätten Lieferando Lecker machen können. Wir hätten Lieferando Lecker machen können. Der könnte Stiftung aufmachen können. Markus hätte die Stiftung aufmachen können für uns. Wir hätten Lieferando Lecker machen können. Junge. Ich würde 300 Kilo wiegen. Boah. Schade. Wäre das ein geiles Leben gewesen, ey. Wäre das ein geiles Leben. Und ich würde 220 wiegen und wäre tot. Das wäre doch super. Mega stark. Jeder Lieferando Service in Gelsenkirchen würde mich per Namen kennen. Dann hätten wir die Currywurstplatte. Hätten wir uns reinpfeifen können. Junge. Anna Grill wäre nicht insolvent gegangen. Ne. Da hättest du schon dafür gesorgt. So, aber. Ich hab noch was anderes. Ja, ich auch. Ich hab noch was anderes. Ich möchte nämlich wieder sagen, ich bin zu berühmt für diesen Scheiß. Und verdiene viel zu wenig Geld dafür, wie berühmt ich bin. Warum? Es hat sich folgendes zugetragen. Meine Mutter hatte irgendwie mit einer Arbeitskollegin gesprochen. Und die kannte dich. Ne, 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 ne. Und ja, da ging es dann auch irgendwie um das Thema, was arbeiten die Kinder oder so. Keine Ahnung. So, egal. Auf jeden Fall kam dann raus, dass ich YouTube und Twitch und so mache, ne. Ja. Und dann wollte sie halt wissen, wie ich heiße. Auf YouTube und Twitch. Okay. Und das wollte meine Mutter, wollte das nicht preisgeben. Kann ich verstehen. Finde ich gut. Finde ich richtig. Danke Mama. Aber, dann hatte die Arbeitskollegin wohl ihre Kinder gefragt, ob man das nicht irgendwie rausfinden kann. Und die kennt ja meinen richtigen Namen. Und über meinen richtigen Namen kann man scheinbar ergoogeln, wer ich im Internet bin. Ja, ja. Fällt. Und die Reaktion der Kinder, also Kinder in Klammern, ne. Irgendwie 19 und 21, war dann darauf. Alter, den kenne ich. Oh mein Gott. Als ob, als ob du mit der Mutter von dem zusammenarbeitest. Kannten mich. Eine Scheiße, Digga. Was? Wollten sie den Autos haben? Schöne Grüße an euch. Ja, Grüße. Falls es einer sieht. Die gucken das nicht regelmäßig. Die wissen nicht alles über mich. Ja. Die wissen nicht alles über mich, ne. Ja. Aber ja, wenn man deinen Namen googelt, kommt YouTube-Wiki. Das ist YouTube-Wiki. Oh Gott. Da haben doch mal irgendwelche Spasten irgendeine Scheiße reingeschrieben, ne. Da steht nur Scheiße. So richtig überkranke Scheiße steht da. Das ist so richtig krass. Also was da mal stand. Und Pide Boys findet man. Ja, Pide Boys habe ich ja mit meinem echten Namen aus Dummheit so reingepackt. Aber ist auch egal. Am Ende ist es mir scheißegal, wenn ihr meinen echten Namen kennt. Ja, aber das war es tatsächlich. Also, YouTube-Wiki ist einfach richtig. Ja, ja, gut. Ne. Ja, aber das bedeutet wahrscheinlich auch, dass meine Nachbarn mich auch schon gefunden haben. Ne. Die haben mich ja auch mal so dumm gefragt. So. Machst du eigentlich YouTube so? Ne. Wo bist du denn da? Und ich habe gesagt, so sag ich nicht, ne. Sag ich nicht. Wahrscheinlich wissen die da, die kennen. Oh Gott. Das ist also, meine Nachbarn hast du mich dann doch zurecht. Dann wissen die ja alles. Ja, schöne Grüße. Ja, Grüße. Übrigens meine Nachbarn da haben da gar nicht auch noch was erzählt, ne. Bruder, gestern, ich war, also gestern Morgen, ne. Ich war morgens schon, hi, wie 15 Russen. Ich sag dir, wie es ist, ne. Ich war todesfettig eigentlich. Und dann klingelt's. Einfach. 10 Uhr. Ja. So, ich denk mir so, fuck, Digga, fuck. Mach aber auf, wie so ein Idiot. Und, äh, steht, steht die Nachbarin. So eine alte, so eine ganz alte. Von unten, ne. Ja. Stehe da so, ja. Im Keller bei uns. Da ist die Wand ganz nass. Da im Keller, da, 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 da ist nass. Stehe da so, weißt du, völlig, völlig, völlig verpeilt. So, okay. Ja. Ja. Oder das kommt aus, aus, aus der Ecke von, 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 von ihrem Raum. Ich, ich, ich frage mich die ganze Zeit nur so. Was will die, was soll ich jetzt machen? Was will die, was soll ich jetzt machen? Ich hab dann irgendwann auch, weil die, dann stand die da so, regungslos. Ich auch regungslos. Ich hab dann irgendwann gefragt, äh. Was soll ich jetzt, was soll ich jetzt tun? Ja, nachgucken! Okay. Dann musste ich mit der zusammen in den Keller, Digga. Und eine Kellertür aufschließen. Oh ja! Da bist du runtergekommen. Digga, ich, also, als ich wieder hoch, als ich wieder oben war, ne, hab ich so gemerkt, so, boh, ich weiß gar nicht, wie man läuft. Scheiß. Das kenne ich. Ich habe so ganz komisches Gefühl gehabt, so, ich weiß gar nicht. Ich war völlig verschallert. das passiert doch gerade nicht so und auf jeden Fall mach ich die Tür auf ich hab da ja das ist jetzt nicht so mega schlimm, das ist ein Kellerraum aber das sind halt eine Milliarde Kartons das ist ein riesengroßer Raum und alles ist voll mit Kartons du nutzt den Kellerraum? ja für Kartons halt nein, also ich selber war da das letzte Mal vor ein dreiviertel Jahr unten mein Kellerraum ist leer echt? ich hab auch zu einem Vermittler gesagt, kannst du benutzen Fernseherkartons stehen da der müsste sich die Nacken ja runter tragen vom Umzug stehen da noch 15 Kartons so mit Kabeln naja, ist auch egal, auf jeden Fall, die haben das gesehen war mir unangenehm aber das eine, worauf ich hinaus wollte war ich weiß nicht, ob die das gepeilt haben dass ich gar nicht zu rechnungsfähig war in dem Moment und jetzt werden die im Haus natürlich darüber reden ja, du musst ja mal reinziehen, wie das aussieht oh mein Gott immerhin war meine Wohnungsauber da konnte man ja auch reingucken, das hat sie ja gesehen ja, ist doch gut ja so viel dazu ne so, Kornel zum Abschluss kann ich noch kurz ins Letzte rennen, oder? ich glaube nicht ja, doch, doch ne, das ist ja mega kurz der Part ja, aber es ist ja ein themenbezogener Part würdest du nicht auch noch mal erzählen? ja, ja das ist eine normale Part wir haben am Anfang das mit LPM jetzt durchgefrühstückt und jetzt geht's ja nochmal weiter ja, dann kann ich ja auspacken wir können sie auspacken pack mal die Geschenke aus, du so groß ist er nicht also äh, ja, ich war, ich war gerade einkaufen ich bin jetzt ein Macher geworden und ich dachte mir so, okay, komm also ich war kurz bei der Versicherung es ist krass, wie unhöflich die immer sind, ne? du was? weil die richtig unhöflich ich bin zur Versicherung gegangen weil ich dachte, wenn ich vor Ort mit jemandem rede kann der mir vielleicht mal eine Frage beantworten oder ist irgendwie kooperativer oder so na, die ich bin da reingegangen dass sie kein Messer gezogen hat war alles dann stehe ich da an diesem Scheiter und will mit der Reden meinst du, die hat ich konnte drei die hat mir nicht die wollten mir nicht mal zuhören die war so negativ ja, am Schalter bist du auch falsch am Schalter meldetst du dich nur an um dann mit einem Menschen zu sprechen die hat mir geantwortet ja, nein ich, ich schwör's dir ich hab dir dann vers- meine, äh, Sachen kurz gezeigt dann hat die nur Kopien gemacht und gesagt ja, ähm, das gebe ich weiter mehr reden wir nicht und so okay das ist immer so unerfreundlich naja, gut, aber wenn dann dann meldet sich ja vielleicht jemand, ne? ja, toll, dann krieg ich wieder ach komm ist auch egal aber dann kannst du vielleicht einen Termin machen also wirklich verrückt wie unfassbar unfreundlich die sind überall am Telefon vor Ort immer alles ja es ist verrückt aber die können sich's halt leisten, ne? gut ist so ja was soll ich sagen, ne? ja, ja, nee naja, gut auf jeden Fall dann bin ich noch zur Post gegangen weil ich muss noch einen Brief zurückschicken ich hab mir natürlich direkt ne schöne 1,60 Euro ne Briefmarke kostet 1,60 Euro für nen Brief? also ich weiß nicht, wie viel ein Brief kostet und so oder auch wenn ich irgendwie ein Großbrief oder egal, was ich verschicke, ne? ich kaufe dann einfach immer so für 3, 4 Euro Briefmarken und knallere die alle drauf oder ich gehe halt direkt in den Laden und sage, das muss verschickt werden dann sagen die mir den genauen Preis ja, das wollte ich eigentlich auch machen aber dann wenn ich selber nicht also wenn ich nicht in den Laden gehe weil der gerade nicht auf hat oder so dann, dann, dann klatsche ich dir einfach mit den ganzen um sicher zu gehen dass das halt reicht und das ist so dumm ich hab mir ich wollte mir einen Brief umschlag kaufen aber da gab es nur welche mit Fenster und die ohne Fenster waren irgendwie kleiner das habe ich nicht verstanden und dann habe ich so eine kleine Versandtasche genommen also so 10 Versandtaschen irgendwie also wirklich also relativ kleine wahrscheinlich kostet das mehr weiß ich nicht auf jeden Fall habe ich dann gefragt ja, wie teuer ist denn das? das hat er gesagt 1,60 Euro und ich tue da auch wirklich nur einen Zettel rein also das ist jetzt nicht 3 Kilo schwer ja, aber die kosten mehr die kosten mehr ja, und dann sagt er 1,60 und dann sage ich so ja, dann nehme ich eine 2 Euro Briefmarke dann sagt er so ja, eine 2 Euro Briefmarke habe ich nicht wenn der sagt 1,60 wieso sagst du dann du willst eine 2 Euro Briefmarke das erklär mir mal der hatte doch gesagt das kostet 1,60 Euro das ist so als wenn der Dönermann sagt 5 Euro und du sagst ja, hier 6 ich will sicher gehen dass das auch wirklich reicht nein, ich hatte den Brief ja nicht dabei also ich habe das ja nicht abgegeben ich schicke den ja von zu Hause los aber der weiß es ja trotzdem ja, wahrscheinlich und dann dachte ich mir so scheiße das ist jetzt ein bisschen unangenehm dann habe ich gesagt ja gut dann nehme ich 1,60 Euro hat er gesagt, ich kann auch 2,1 Euro Briefmarken geben habe ich aber gesagt so, nee, dann ist kostet ja 1,60 oder? dann nehmen wir 1,60 ja, hoffe ich einfach, dass es jetzt ankommt dann ist das kompliziert und dann bin ich noch ganz kurz ich wollte eigentlich nur zum Bäcker aber da war die Schlange so riesenlang damit ich doch auf einen kleinen Umweg gegangen dann geht man doch zum Einkaufen gegangen ne, McDonalds ist leider zu weit weg ah, aber sehr geil, Alter ich esse gleich beim boydorfen das könnte schon mal sagen ja, du bist ja auch ein privilegiertes Stück Scheiße ja, nee, muss man auch mal sagen wie wann die würde deine Weihnachtsfeiertage oder kommt noch was Spannend na, drüber aber also, ich bin dann einkaufen gegangen geh eine Kasse wer sitzt da? die geile ne, red bitte nicht so über meine Frau die gutausehende die wunderschöne die tolle tollste verkäuferin der welt und die war dann meine verkündeten bei dir wie war es wieder so schwarze haare und immer im zopf junge hat ja immer so einen süßen kopf immer so ein enges schwarzes top an und an auf der einen brust waren so so kristalle die so die brustform gezeigt ja und dann also meine hat immer den das edeka t-shirt an das galt mich nicht so aber da zeigt wie toll ich die finde dass ich die trotz trotz dieser widrigkeiten im edeka outfit sie trotzdem trotzdem die schönste frau der welt ist ja und und dann habe ich ja mal ich habe ich halt bezahlt da habe ich hier gesagt so einen schönen tag noch und ich weiß nicht ob die verstand ich weiß ich glaube ich weiß ich auf deutsch spricht nein ich weiß nicht genau weil so richtig sind macht das eigentlich nicht aber ich habe gesagt schönen tag noch und dann vielleicht hat sie verstanden schönes jahr noch und dann hat sie zu mir hat sie gelacht hat mich angeguckt und gesagt ja wir sehen uns ja eh wieder ich so ja ja klar ja und dann schauen oh mein gott du bist also schon auffällig geworden ja die junge natürlich wie ich wiegt 200 kilo natürlich bin ich auffällig meinst du ich mit 150 kilo und jeden tag hätte ich bin auch auffällig weil ich ja die denken sich jeden tag ein neuer und die grüßen mich auch alle im laden wahrscheinlich hängt dem mitarbeiter büro und bild von dir und drunter steht bitte immer nett sein der gibt viel geld die aus da geht ich kaufe ja nie so viel auf einschlag wenn du reinkommen sind laden dann guckt immer einer durch den spiegel der seite hängen und ruft dann dann geht es auf alle headsets achtung achtung zielperson ist da lächerchen lächeln ich kenne dich ja klar ich kenne die ja auch also ich wundere mich wenn da jemand neues ist ich auch da war auch heute lieber neues aber ich habe nur augen ich habe nur augen für meine verkäuferin wobei ich glaube ich glaube die ist auch chefin oder sofia leiterin oder so heute nicht wo der kornel steht auf frauen mit macht das war schon immer so machen ja nicht umsonst ich finde das cool wenn frauen was können ja wenn du mal siehst wie die das regal einräumt wollen dann ich brauche eine frau brauche eine gewisse intelligenz muss erreicht worden sein dann haben wir auch kleine brüste toll also das ist gute einstellung ich finde ich finde ich bin grundsätzlich alle brüste toll außer na ja muss ja auch geschmackssache jeder wie er mag manchmal finde ich gemachte brüste ein bisschen langweilig muss ich ehrlicherweise gestehen ich mag es wenn die brüste zum körper passen und weißt du wie das meist passiert indem man die einfach wachsen wie sie wachsen und ich hab das gefühl voll oft das passt eigentlich schon voll gut und dann kommen aber irgendwelche chirurgen die geld machen wollen ja die bösen chirurgen und torken der die frau einfach rein der da nicht so ist und dann sieht es komisch aus ja ich kann mir aus erfahrung sagen mein körper ist auch nicht perfekt aber das ist nicht schlimm leute wenn du zwei unterschiedlich große brüste hast wenn die eine ein bisschen nach außen guckt die andere nach innen das ist alles nicht schlimm wir mögen dass wir sind männer das ist nichts was uns abstößt naja also das ding ist halt haben die frauen geht es auch darum gar nicht mehr die wollen sich einfach selber wohl fühlen weiß ich nicht ja das sagt man ist die frau dass die frau dass der mann geil wird sein wir auch mal ehrlich die meisten bros die ins gym gehen die machen das auch nicht weil sie sich denken wo mein körper wird geil sondern der erste gedanke ist noch meist die natürlich die frauen ja eine dann machst doch youtube auch und hoffst hoffentlich denkt irgendeine bohrkommar der berühmte ja passiert doch irgendwie nicht mehr weil wir halt nichts hätte aber nächstes jahr habe ich mir mir vorgenommen berühmt zu werden konnte jeder jahr zieht tatsächlich durch also ich meine es jetzt ernst also ich habe auch schon video dinge überlegt ich mache nochmal extra kanäle auf für reactions und das andere was ich vorhabe ja dann mache ich das ja aber wie gesagt das ist ja nicht schlimm aber ja gemachte brüste wenn ich war ein bisschen langweilig muss ich sagen weil die alte immer auch gleich aussehen ich finde so charakter brüste weißt du worauf ich so ein bisschen was ich so ein bisschen geil finde wenn viele leute sagen immer dass sie so also so aufgespritzte lippen doch gott ich war ich war jetzt sind voll viele sagen dass und ich verstehe das auch aber trotzdem muss ich tatsächlich sagen auch so eine gewisse art und weise macht es mich manchmal geil es gibt auch übertriebene lippen wo es dann auch wieder nervös was denn wo man auf jeden fall zu viel des guten ist aber manchmal also ja muss ich sagen ist eine sache mit der man mich ja ja leute eure meinung zu aufgespritzenden lippen können auch gerne noch da lassen interessiert uns brennend wir sehen uns im nächsten grad haut rein und dann findet da kein ende dabei ist vorbei wir sehen uns beim nächsten mal ciao